Was ist am Ende der Welt? Es gibt kein Ende, die Welt ist rund. Oh mein Gott, es hat immer einen Hintern. Der Buchstabe T. Buchstabe T, ach so. Judentest, okay, wir müssen dumm denken, Mama. Wie viele Buchstaben hat das A, B, C? Denk an do. Drei. A, B, C. Ah, da ist A, B, C. Oh mein Gott. Warum denn das? Ja, das. Das A, B, C. In welchem Raum kann man keine Bilder aufhängen? Weltraum. Ich bin so auf der Glaube.